Cyber Security und IT in der Fertigung, das sind unsere Themen heute Vormittag hier auf der SPS Connect. In diesen Minuten startet übrigens auch die Technology Stage, also der zweite Stream, der Parallelstream, den wir hier laufen haben zur Main Stage. Da werden die Themen dann nochmal an konkreten Beispielen noch ein bisschen weiter vertieft. Also sind Sie auch eingeladen, da mal herzlich reinzuschauen. Fragen können Sie, Sie haben es bestimmt schon mitbekommen in den letzten Tagen, wie das funktioniert, fragen können Sie jederzeit, entweder die Referenten persönlich oder dann während der einzelnen Slots, während der einzelnen Vorträge und Talkrunden dann einfach im System auf der Plattform über Slido und dann werden wir die nach Möglichkeit immer auch gleich sofort mit einbauen. Ja, bei der Vernetzung kritischer Anlagen, da galt ja vielerorts noch und auch lange Zeit das Thema No Way auf gar keinen Fall, bloß nicht als Netz hängen. Aus Sicherheitsgründen heißt es quasi so gut wie gar keine Vernetzung in der Industrie. 4.0 verlangt aber jetzt ein Umdenken und die Frage bleibt trotzdem umso mehr, was ist mit der Security? Eine Antwort geben wir ihm jetzt im nächsten Panel, im nächsten Vortrag und der kommt von Steve Schoner. Er ist Product Marketing Manager bei der Genua GmbH. Das Thema No Way war gestern, Vernetzung kritischer Anlagen per One Way. Hallo und herzlich willkommen beim Vortrag No Way war gestern, Vernetzung kritischer Anlagen per One Way. Mein Name ist Steve Schoner. Ich bin seit fünf Jahren bei der Genua GmbH beschäftigt und bin dort als Produkt Marketing Manager verantwortlich für unser Enterprise Portfolio. Was bedeutet das? Im Wesentlichen unterstützen wir unsere Kunden mit dem Enterprise Portfolio im Rahmen ihrer Digitalisierung im Rahmen der Nutzung der Chancen, die diese bietet, aber natürlich besonders im Hinblick und das ist unsere Kernwertschöpfung, dahingehend die Risiken von Vernetzung zu minimieren beziehungsweise bestenfalls auszuschließen. Seit über 25 Jahren stehen wir für IT-Sicherheit. Wir sind seit über 25 Jahren Made in Germany und sind seit kurzem 100%ige Tochter der Bundesdruckereigruppe. Wir haben alles unter einem Dach vereinigt. Kundenservice, Entwicklung, alle Arten von Integrationsleistungen und letztendlich auch die Abstimmung mit dem BSI finden bei uns im Haus statt. Die Genua GmbH ist ein Portfolioanbieter. Was heißt das? Wir unterstützen unsere Kunden im Rahmen unseres Portfolios bereits bei ihren Defense in Depth Gedanken. Auf diesem Slide sehen Sie einen Überblick über unsere Produktpalette. Sowohl zum Anschluss von einzelnen Filialen als auch verschiedenster Herausforderungen am Produktionsstandort sowie die Anbindung der zentralen Services und mobiler Mitarbeiter liegen in unserem Aufgaben- und Lösungsspektrum. So haben wir für den Produktionsstandort eine sichere Fernwartungslösung. Wir haben mit der GenuWall ein Device, um sicher Produktionsnetz-Segmente zu bilden und mit dem GS-Gate beispielsweise ein Edge-Gateway, das im besonderen Computing am eigenen Standort vor der Ausleitung in die Cloud unterstützt. Jeff Immelt hat vor wenigen Jahren mal gesagt, wenn du gestern als Industrieunternehmen ins Bett gegangen bist, wachst du heute als Software- und Analytics-Unternehmen auf. Das bedeutet, die Digitalisierung geht an keinem vorbei. Sowohl Chancen als auch Risiken wollen betrachtet werden. Und Vorteil zum Beispiel sind die Datengewinnung. Daten sind sicherlich eines der wertvollen Assets, die ein Unternehmen hat. Sicherlich ein sehr wichtiger Teil der Wertschöpfungskette. Und erst mit der Nutzung dieser Daten, mit der sicheren Nutzung dieser Daten, werden weitere Aspekte der Kernwertschöpfungskette möglich. Zum Beispiel kann ich meine Produktion optimieren und ideal auslasten. So effektiv wie möglich produzieren. Ich weiß im Vorhinein, wann bestimmte Komponenten der Anlage ausfallen könnten. Das heißt, ich kann mich darum kümmern, dass zum Beispiel der Anlagenproduzent sich auf die Anlage schaltet und das Problem im Vorhinein schon behebt. Letztendlich kann ich Daten flexibel und effizient an verschiedenen Orten verarbeiten. Nicht nur da, wo sie entstehen. Und ja, bitte, gerne nicht da, wo sie entstehen. Sondern an vielen anderen Stellen im Unternehmen und letztendlich bis hin in die Cloud. Was dabei unterstützt, ist der offene Standard OPC UA. Ein Industriestandard, der Hersteller- und plattformunabhängige Kommunikation ermöglicht. OPC UA verringert die Protokollvielfalt. Denn OPC UA ist plattformunabhängig und flexibel einsetzbar. Bisher gab es in der Automatisierungspyramide an vielen Übergängen der verschiedenen Levels proprietäre Lösungen einzelner Hersteller. Jeder Hersteller hat in der Regel mindestens seine eigene Kommunikationsweise, mindestens sein eigenes Protokoll, in dem er spricht. Und das macht es für einen Anlagenbetreiber nicht einfach, die verschiedenen Levels schnell und effizient mit den Daten durchzugehen. Man hat auch quasi einen vorbestimmten Weg des Datenflusses, je nachdem, welche Lösung man an den einzelnen Levelgrenzen eingesetzt hat. Und OPC UA löst das nun auf. Es ist viel einfacher, die Grenzen der einzelnen Schichten zu überschreiten, da es ein zusammengefasstes Kommunikationsprotokoll gibt, das in vielerlei Lösungen eingesetzt wird und letztendlich auch die gewisse Starrheit dieser Automatisierungspyramide dadurch ablöst. Die Komplexität aus vielen Anbietern, die viele verschiedene Protokolle sprechen, löst sich auf und auch die Kommunikation zwischen Maschinen verschiedener Hersteller wird vereinfacht. Und wie flexibel OPC UA einsetzbar ist, sehen wir in diesem Schaubild. Nicht nur in der IT-OT-Kommunikation, auch in lokalen OT-Segmenten der Produktionsinfrastruktur ist es einsetzbar. Man kann es für den sicheren Fernzugriff einsetzen, sichere Fernwartung zum Beispiel möglich machen, aber auch letztendlich Cloud-Infrastrukturen anbinden, um dort zum Beispiel größere Datenmengen auszuwerten, Big Data Analytics zu machen. Also in allen Bereichen der Anlage ist OPC UA einsetzbar und vereinheitlicht dort die Kommunikation. Aber nicht nur OPC UA ist allgegenwärtig, sondern auch die Angriffe. Wie uns das BSI zuletzt im Lagebericht 2020 bestätigt hat, ist die Intensität weiterhin hoch. Der Variantenreichtum ist um 117 Millionen mögliche Schadprogrammvarianten ungefähr allein im Berichtszeitraum Juni 2019 bis Mai 2020 gestiegen. Variantenreichtum, der, ich habe nur einige wenige aufgeführt, Trojaner für Datendiebstahl umfasst, natürlich Ransomware, die Lösegeld erpressen, Trickbots, die Spionage- und Sabotageaufgaben erfüllen und schlussendlich bis hin zu kompletten Anlagenübernahmen jede Menge Gefahren und Risiken beinhalten. Und auf diese Risiken muss man im Besonderen Acht geben, wenn man eben so vollumfänglich mit einem Protokoll vernetzt. Der Kerninhalt dieses Vortrags ist ja, wie kann ich es gerade möglich machen, ein No-Way zu umgehen. Wie kann ich möglich machen, von den Vernetzungsgedanken, von Digitalisierung zu profitieren, ohne die Risiken einfach in Kauf nehmen zu müssen, sondern wie kann ich Lösungen etablieren, die mich vor dieser breiten Varianz an Schadprogrammen, an Risiken schützt. Denn sichere Vernetzung ist die Grundlage. Security ist kein Add-on, sondern ein Must-have. Wenn wir uns Gedanken machen über die Vernetzung kritischer Anlagensegmente, die Disruption der Automatisierungspyramide, dann muss schlussendlich gewährleistet sein, dass die Risiken mindestens extrem stark abgeschwächt sind. Einen hundertprozentigen Schutz wird es nie geben. Aber dass ich mir mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sicher bin, dass ich alles getan habe, um meine essentiellen Bestandteile der Anlage zu schützen. Und dazu gehört es auch, einen Lösungsanbieter zu suchen und dem zu vertrauen, der überhaupt erst durch den hohen Innovationsgrad diese Schnittstellen absichern kann. Denn Datenverarbeitung und Transport brauchen verlässliche Security. Am besten wäre es doch dann, Netzwerkverbindungen zu schaffen ohne Angriffsvektoren. No way. Bisher. Denn jetzt gibt es einen unidirektionaler Datenversand per One-Way. Wir haben es geschafft, eine richtungsweisende Entwicklung auf die Bahn zu bringen. Eine Datendiode für sichere One-Way-Kommunikation. Weltweit die einzige industrielle Software-Datendiode, basierend auf einem zugelassenen Produkt, nämlich der VS-Diode aus dem Geheimschutzbereich. Dabei sind wir kompromisslos. Wir sind hochsicher und unidirektional. Wir supporten OPC UA und weitere Protokolle. Und beim Datenversand greifen wir auf unser VPN mit IPsec-Verschlüsselung aus dem Geheimschutzbereich zurück. Damit schaffen wir einen komfortablen Netzwerkübergang, der sicherer ist als Firewalls. Denn schauen wir uns diese Optionen zur Vernetzung mal an. Mag sicher sein, aber sicher auch unperformant der Lufttrenner, die Airgaps. Denn keine Verbindung ist nicht wirklich Vernetzung, erfüllt den Industrie 4.0-Gedanken in keinster Weise. Hier kann die Diode helfen. Wir etablieren einen stabilen One-Way-Kanal, der den Datenversand überhaupt erst möglich macht. Aber wir schließen Datenfluss in Gegenrichtung aus. Das gibt die Garantie, keinen Schadcode oder sonstige Risiken zu transportieren. Wir haben eine konfigurierte, verlässliche Verbindung, anstatt vielleicht diesen Lufttrenner, den man mit einem USB-Stick überbrückt hätte, nutzen zu müssen. Wir haben einen hohen, stabilen Durchsatz. Und auch hier sind wir viel schneller, als wenn ein Mitarbeiter mit einem USB-Stick durch die Werkshalle läuft. Üblicherweise könnte man sagen, setzen wir doch eine Firewall ein. Die sind aber oft multifunktional eingesetzt. Das heißt, die haben stattliche Regelsets. Hier hat die Diode einen weiteren Vorteil. Die Flussrichtung des One-Way-Tasks ist nicht verkonfigurierbar, weil in der Software festgelegt. Ein stattliches Regelset, falsch angefasst, könnte dazu führen, dass eine menschliche Fehlkonfiguration Teile oder im Ganzen dieses Regelset verändert und so doch Zugriffe auf die sensiblen Bereiche ermöglicht. Das ist bei der Diode nicht möglich. Zudem Security by Design. Das heißt, wir haben eine Micro-Kernel-Architektur in dieser Diode eingebaut, die aus einem gehärteten Betriebssystem besteht. Wir können die Software manipulationssicher starten. Und wir haben in dem Produkt selbst den Defense-In-Depth-Gedanken aufgegriffen und bilden auch hier Sicherheitszonen aus, um die One-Way-Funktion zu schützen. Schauen wir uns die Datendiode mal genauer an. Die Cyberdiode besteht aus Appliance und den Protokollumwandlern. Das heißt, wir haben ein Paket geschnürt aus der Industrial Hardware mit Hutschienenclip, zum Beispiel für die Schaltschrankmontage. Wir supporten verschiedene Protokolle, sowohl OPC UA im OT-Bereich als auch IT-Protokolle. Wir liefern eine manipulationsgeschützte, gehärtete Software mit Schutzzonen aus, die wir natürlich mit Sicherheitspatches in den nächsten Jahren versorgen werden, sollte es denn nötig sein. Und wir haben einen verschlüsselten Versand per VPN eingebaut, der es möglich macht, verschiedene Zielsysteme in anderen Domänen zu erreichen. Werfen wir mal einen Blick in das Innere der Cyberdiode, in den Maschinenraum. Wir sehen hier eine Abbildung der verschiedenen Compartments, die durch das L4-Micro-Kernel-Betriebssystem ausgebildet werden. Dabei im schwarzen Feld sehen wir den Protokollumwandler, der das Protokoll vorbereitet, um es durch den One-Way-Task zu führen. Und auf der roten Seite dieses wieder zusammensetzt, um es dann letztendlich zu versenden an die Zielsysteme. Den One-Way-Task sehen wir in der Mitte, der mit seiner Sicherheitsfunktionalität in der Software beschrieben ist, als One-Way immer von schwarz in Richtung rot. Das heißt, der lässt sich auch durch Angriffe zum Beispiel auf die Appliance nicht umkehren. Und so sehen wir in Flussrichtungen von links nach rechts sichergestellt, dass die Einweg-Funktionalität auch im Angriffsfall in jedem Fall bestehen bleibt. Sie sehen auf dieser Folie verschiedene Anwendungsmöglichkeiten der Cyberdiode. Zum Beispiel aus einem Maschinenpark oder einzelnen Systemen und deren OPC-OA-Servern die Daten zu gewinnen. In der Cyberdiode im schwarzen Bereich so umzuwandeln, dass sie durch den One-Way-Task geführt werden können. Im roten Bereich der Cyberdiode werden sie wieder zusammengesetzt und den entsprechenden eigentlichen Empfängern zur Verfügung gestellt. Das heißt, sie können sowohl Empfänger im eigenen Haus adressieren, je nachdem, wo die Cyberdiode im Netzwerk platziert ist, als auch nah an den Außengrenzen ihres Netzwerks, dann eben vielleicht mit einer verschnüsselten VPN-Verbindung in letztendlich auch Clouds zu adressieren, wo sie die Verbindung mit einer VPN-Gegenstelle wieder auflösen. Und zum Beispiel dort für Big Data Analytics die entsprechenden Daten verfügbar machen können. Ich möchte Ihnen noch ein ganz konkretes Beispiel zeigen, nämlich die Anwendungsmöglichkeit einer Cyberdiode zu Predictive Maintenance Zwecken. Die Anlage produziert Daten, OPC-OA-Daten aus dem Prozessleitsystem, letztendlich der Sensorik, die durch die Cyberdiode an den Betreiber gesendet werden. Hier in dem Beispiel übers Internet, das heißt zum Beispiel VPN verschlüsselt, der Betreiber analysiert die Daten und erkennt einen Optimierungsbedarf. Der kann direkt über die Genua Fernwartungslösung passieren, das heißt ein Predictive Maintenance Zugriff von einem entsprechenden Fernwarter findet über die Genua Rendezvous-Lösung statt. Man kann die entsprechende Optimierung der Anlage direkt durchführen und verhindert so einen Ausfall. Aber auch ganz andere Anwendungsmöglichkeiten der Cyberdiode sind möglich. Wir haben in verschiedenen Kundengesprächen ganz unterschiedliche Herausforderungen gefunden, in jeder mit bestimmten Besonderheiten zu tun. Und mich würde natürlich interessieren, wenn wir im Nachgang ins Gespräch kommen könnten, welche Herausforderungen Sie in Ihrer Anlage haben und natürlich im besten Fall, ob wir Ihnen dort mit der Cyberdiode helfen können. Es hat mich gefreut, dass Sie mir Ihre Zeit geschenkt haben. Ich hoffe, Sie konnten mit der Cyberdiode eine Idee mitnehmen, wie Sie auch Ihre kritischen Systeme vernetzen können. Und ich stehe jetzt noch für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank. Fragen können Sie gerne loswerden jetzt im Portal der SPS Connect. Dann können wir die auch gleich stellen. An Steve Schoner erst einmal vielen herzlichen Dank für die Ausführungen gerade. Wie setzt sich die Lösung denn jetzt zusammen? Muss man die Protokolladapter einzeln kaufen oder wie läuft das? Nein. Also wir haben darauf geachtet, dass wir eine Komplettlösung anbieten können. Das heißt, wir sind im Stande, alle Protokolladapter, die wir benötigen oder die wir anbieten können, die wir supporten, gleich mit in einem Wandel zur Verfügung zu stellen. Das heißt, man muss sich nicht die Hardware kaufen und dann vielleicht noch verschiedentliche Nachkäufe tätigen, sondern das ist alles in einem performanten Komplettpaket. Woher wissen Sie denn, wie die Protokolle aufgebaut sind? Nun, wir kommen vielleicht zum Hintergrund von Genua aus dem Geheimschutz. Also ursprünglich vor vielen Jahren haben wir angefangen und machen das auch immer noch für Lösungen im Behördenbereich, die wir stellen. Und dort haben wir uns eine Protokollexpertise aufgebaut und können diese Protokolle eben sehr genau aufbrechen und analysieren. Sozusagen ein gewollter Man in the Middle. Also wir unterbrechen in der Verbindung, schauen in das Protokoll, ob dort Schadsoftware vorhanden ist und verpacken es dann entsprechend wieder, um es weiterzuversenden. Und diese Erfahrung nutzen wir hier, um auch das OPC-UA-Protokoll genau aufzubrechen und eben in diesen One-Way-Task zu überführen. Und letztendlich auf der anderen Seite, ich hatte es eben dargestellt, in der Diode wieder zusammenzusetzen und dem Zielsystem zuzusenden. Jetzt wieder die Frage nach der hundertprozentigen Sicherheit, ob es sie gibt, ob es sie nicht gibt. Ich hatte mal das Glück, vor einiger Zeit mit einem, ja, drücken wir es ruhig so aus, mit einem Hacker zu sprechen, der das beruflich macht. Und der hat auch ganz klar gesagt, wenn wir wo rein wollen, dann kommen wir auch da rein. Also das haben wir bei Professor Köhler schon gehört. Hundertprozentige Sicherheit gibt es sicherlich nicht. Aber mit der Diode sind wir so nah dran, wie es nur irgendwie geht. Stellen wir uns vor, Sie stehen vor einer Wand und es kommt jemand raus, aber nachdem der raus ist, ist die Tür weg. Also jetzt können Sie natürlich irgendwo nach Angriffsmöglichkeiten suchen, irgendwie in dieses Haus oder hinter diese Mauer zu kommen. Wenn Sie das wollen, werden Sie andere Stellen finden. Aber mit der Diode bin ich mir sehr sicher, da eine sehr, sehr risikoarme Lösung anbieten zu können. Jetzt gehören Sie zur Bundesdruckereigruppe. Die Bundesdruckerei macht inzwischen auch viel mehr als nur Ausweisendrucken, sondern bietet eben inzwischen auch wirklich IT-Lösungen an, eben mit zum Beispiel mit der Genua GmbH. Welche anderen Produkte und Lösungen haben Sie noch parat? Ja, also ich habe es eben auch schon kurz anklingen lassen am Anfang von meinem Vortrag. Wir haben ein Portfolio an Industrielösungen aufgebaut, das eben Fernwartungslösungen umfasst oder Netzsegmentierungslösungen. Wir hatten eben im Vortrag auch schon gehört, dass die Asset-Tracking, ein Asset-Tracking an allererster Stelle stattfinden sollte. Auch da haben wir mit dem Cognitix Threat Defender eine Lösung im Portfolio. Also wir sind gut aufgestellt für verschiedene Herausforderungen im Netzwerk, um auch Unternehmen aus einer Hand helfen zu können. Weitere Fragen gerne auch jetzt direkt an Sie. Ihre Kontaktdaten liegen ja vor im Portal der SPS Connect. Und ich bin mir sicher, da gibt es noch viel nachzufragen, viel zu nachzudiskutieren. Und die Besucher, die Teilnehmer werden da auf Sie zukommen heute im Laufe des Tages noch. Steve Schoner von der Genua NBH, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. So, wir wollen uns gleich nochmal ganz konkrete Beispiele angucken, wie man sein Netzwerk sicher bekommt. Ein Beispiel haben wir gerade eben gesehen. Es gibt natürlich noch viele weitere Lösungen und da haben wir noch einige für Sie vorbereitet. Sehen wir gleich im nächsten Panel in ein paar Minuten hier bei uns bei der SPS Connect.